Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Mein Sohn braucht eine Hose. Welche Größe hat er denn? Welche Größe hat er denn? Er hat Größe 31. Schau mal, die Hose steht dir sicher gut. Schau mal, die Hose steht dir sicher gut. Ich weiss nicht. Wo kann ich die Hose anprobieren? Ich weiss nicht. Wo kann ich die Hose anprobieren? Die Umkleidekabinen sind dort hinten links. Die Umkleidekabinen sind dort hinten links. Die Hose sieht sehr schön aus. Die Hose sieht sehr schön aus. Das finde ich auch. Sie steht ihm ausgezeichnet. Das finde ich auch. Sie steht ihm ausgezeichnet. Nein, die Hose gefällt mir gar nicht. Nein, die Hose gefällt mir gar nicht. Sie ist hässlich und absolut uncool. Sie passt mir auch nicht. Sie ist viel zu weit. Sie ist viel zu weit. Wie gefallen dir die Schuhe? Wie gefallen dir die Schuhe? Wie gefallen Ihnen die Schuhe? Sie gefallen mir sehr gut. Sie gefallen mir sehr gut. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Sie müssen mir nicht helfen. Sie müssen mir nicht helfen. Ich schaue nur. Patrick, wie steht mir die Bluse? Patrick, wie steht mir die Bluse? Sie steht dir sehr gut. Sie steht dir sehr gut. Toll! Die Farbe von der Bluse passt zu deinen Augen. Gefällt dir dieses Hemd? Gefällt dir dieses Hemd? Gefällt Ihnen dieses Hemd? Gefällt Ihnen dieses Hemd? Gefällt Ihnen das Hemd? Ja, mir gefällt der Stoff. Er ist sehr angenehm. Ja, mir gefällt der Stoff. Er ist sehr angenehm. Ja, mir gefällt die Farbe. Sie passt zu meinen Haaren. Nein, es ist zu kurz. Nein, es ist zu kurz. Nein, es ist mir zu eng. Nein, es ist mir zu eng. Passt dir das T-Shirt? Passt dir das T-Shirt? Ja, es passt wie angegossen. Ja, es passt wie angegossen. Ja, es passt mir. Nein, es passt mir nicht. Kannst du es mir in einer Nummer grösser geben? Kannst du es mir in einer Nummer grösser geben? Kannst du es mir in einer Nummer kleiner bringen? Kannst du es mir in einer Nummer kleiner bringen? Entschuldigung, wo finde ich Röcke? Entschuldigung, wo finde ich Röcke? Im ersten Stock bei der Damenmode. Im ersten Stock bei der Damenmode. Ich suche einen Anzug. Ich suche einen Anzug. Da müssen Sie in den zweiten Stock. Da müssen Sie in den zweiten Stock. Ich möchte ein Parfüm kaufen. Ich möchte ein Parfüm kaufen. Die Parfümerie ist auf diesem Stockwerk. Die Parfümerie ist auf diesem Stockwerk. Gehen Sie den Korridor entlang, dann nach rechts und gegenüber von dem Schmuckgeschäft ist die Parfümerie. Gehen Sie den Korridor entlang, dann nach rechts und gegenüber von dem Schmuckgeschäft ist die Parfümerie. Die Parfümerie ist auf dem Schmuckgeschäft. Die Parfümerie ist auf dem Schmuckgeschäft. Ich suche ein Geschenk für meine Mutter. Sie hat nächste Woche Geburtstag. Sie hat nächste Woche Geburtstag. Was willst du ihr schenken? Hast du schon eine Idee? Was willst du ihr schenken? Hast du schon eine Idee? Was willst du ihr schenken? Hast du schon eine Idee? Du bist ein jeder. Ich hab deine Idee. Du bist ein jeder. Du bist ein jeder. Ja bin du bist. Ich will die. Sorry, ich will eine Idee. Was ist das jetzt?